Power – The 48 Laws of Power ist ein Buch von Robert Greene, das sich mit der Macht und wie man sie erlangt und behält befasst. Im Buch werden 48 Gesetze der Macht vorgestellt, die als Leitfaden dienen können, um erfolgreich zu sein und Einfluss auszuüben. Einige der Gesetze befassen sich mit der Art und Weise, wie man andere beeinflusst, indem man ihre Schwächen und Ängste ausnutzt, indem man sie in Unsicherheit hält oder indem man ihnen falsche Informationen gibt. Andere Gesetze betreffen die Art und Weise, wie man sich selbst darstellt und wie man die Aufmerksamkeit anderer auf sich zieht. Einige der bekanntesten Gesetze aus dem Buch sind Gesetz 1 – Vermeide es, in den Ruf einer Null zu geraten Gesetz 2 – Verlange Respekt, indem du Furcht erzeugst Gesetz 3 – Versteck deine Absichten Gesetz 4 – Erzeuge eine Aura der Unnahbarkeit Gesetz 5 – Erkenne die Macht der Form Gesetz 6 – Nutze die Sympathie anderer aus Gesetz 7 – Zieh Nutzen aus der Unwissenheit anderer Gesetz 8 – Nutze die Eifersucht anderer aus Gesetz 9 – Nutze die Schwäche anderer aus Gesetz 10 – Nutze deine Rivalen aus Gesetz 11 – Vermeide es, bei anderen die Unterstützung zu verlieren Gesetz 12 – Verliere nie die Beherrschung Gesetz 13 – Kontrolliere deine Emotionen Gesetz 14 – Vermeide es, deine Macht zu offenbaren Gesetz 15 – Nutze die Macht der Überraschung Gesetz 16 – Erscheine immer mächtig Gesetz 17 – Erzeuge in anderen das Gefühl, etwas zu verlieren Gesetz 18 – Mach dich unersetzlich Gesetz 19 – Nutze die Macht des Timings Gesetz 20 – Nutze die Macht der Worte Gesetz 21 – Vermeide es, zu sehr zu vertrauen Gesetz 22 – Nutze die Unfähigkeit anderer aus Gesetz 23 – Nutze die Macht des Geheimnisses Gesetz 24 – Nutze die Macht des Verlangens Gesetz 25 – Erscheine immer unbesiegbar Gesetz 26 – Erscheine immer unantastbar Gesetz 27 – Nutze die Macht der Belohnung Gesetz 28 – Nutze die Macht der Strafe Gesetz 29 – Nutze die Macht des Rückzugs Gesetz 30 – Nutze die Macht der Vergeltung Gesetz 31 – Nutze die Macht der Intrige Gesetz 32 – Nutze die Macht des Dramas Gesetz 33 – Nutze die Macht der Flucht Gesetz 34 – Nutze die Macht des Opfers Gesetz 35, nutze die Macht des Glaubens. Gesetz 36, nutze die Macht der Unterstützung. Gesetz 37, nutze die Macht der Einschüchterung. Gesetz 38, nutze die Macht der Eitelkeit. Gesetz 39, nutze die Macht der Distanz. Gesetz 40, nutze die Macht der Freundschaft. Gesetz 41, nutze die Macht der Rivalität. Gesetz 42, nutze die Macht des Märtyrer-Tams. Gesetz 43, nutze die Macht der Einzigartigkeit. Gesetz 44, nutze die Macht der Beobachtung. Gesetz 45, nutze die Macht der Verleumdung. Gesetz 46, nutze die Macht des Verständnisses. Gesetz 47, nutze die Macht der Einmischung. Gesetz 48, nutze die Macht der Unvollständigkeit. Das Buch gibt auch viele Beispiele von historischen Persönlichkeiten, die diese Gesetze in der Praxis angewendet haben, um ihre Ziele zu erreichen und Macht zu erlangen. Es ist wichtig zu beachten, dass das Buch nicht dazu ermutigt, andere auf unethische oder unangemessene Weise auszunutzen, sondern darauf abzielt, die Machtverhältnisse in verschiedenen Kontexten zu verstehen und zu beobachten. Die Gesetze betreffen die Art und Weise, wie man seine Karriere und seine Ziele vorantreibt, indem man Risiken eingeht, sich selbst fördernde Bündnisse schmiedet und sich von Menschen entfernt, die einem schaden könnten. Es sollte auch beachtet werden, dass die Anwendung der Gesetze immer in Abhängigkeit von der konkreten Situation und den jeweiligen Umständen betrachtet werden sollte und dass es wichtig ist, ethisch verantwortungsvoll zu handeln. Robert Greene ist ein US-amerikanischer Autor und Berater, der vor allem durch seine Bücher über Macht und Einfluss bekannt geworden ist. Greene wurde 1959 in Los Angeles geboren und studierte an der Universität von Wisconsin. Er arbeitete zunächst als Drehbuchautor und produzierte mehrere Filme und Fernsehshows. Später arbeitete er als Berater und Coach für Unternehmen und Einzelpersonen und begann, Bücher zu schreiben. Seine Bücher sind in der Regel darauf ausgelegt, den Lesern dabei zu helfen, erfolgreich zu sein und Einfluss auszuüben, indem sie die Machtverhältnisse in verschiedenen Kontexten verstehen und beobachten. Die Bücher von Greene sind bei vielen Lesern beliebt und werden oft als Leitfaden für den Erfolg und die Selbstverbesserung betrachtet. Von mir bekommt das Buch eine Leseempfehlung. Dem Buch gebe ich 8 von 10 Sternen. Den Link zum Buch findest du unten in den Beschreibungen. Gefällt dir das Buch auch? Dann abonniere doch gern unseren Kanal. Damit erhältst du kostenlose hilfreiche Zusammenfassungen von weiteren interessanten Büchern.